Wen werden wir denn eigentlich vernichten? I don't care Wildschwein-Eber, oh Oh, hier ist noch ein Fragezeichen Ach, ne, das ist weiter Hä? Wo bist du denn? Ah, da bist du Äh, Wildschwein Wildschweine Oh, da sind wieder diese fetten Viecher Ach, die muss ich, die müssen wir auch töten Okay, die sind etwas stärker geworden Manchmal ist es schon blöd, so langsam anzugreifen Wieso? Ne, weil ich hab immer so, ich hab halt ein langsames Gefühl Muss ich sagen Aber dafür auch sehr, sehr, sehr viel schon Ja, das ist natürlich auch geil Und ne super Reichweite Boah, 445er Crit Ja, ich mach jetzt, bei diesen krieg ich auch 600er Crit hin Aber an, bei den anderen funktioniert das gar nicht mehr Aber ich krieg das, äh, ohne Fähigkeit hin Ach so, ne Ach so, ne, das krieg ich Autsch Autsch So So, jetzt müssen wir noch die Wildschweine überfinden Ach, die sind da, Docker Finn, folgst du mir? Ja, die sind da hinten Hab ich auch grad nachgeguckt Wo bist du überhaupt? Hinter dir Jokai 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 Hier ist so viel Erz, das kann man bestimmt nie verbrauchen Ich glaub auch nicht, dass wir das überhaupt brauchen werden Ist wahrscheinlich nur dafür, für die vollen Server Ja, könnte gut sein Oh, wollen wir den mal bekommen? Oh, den hatten wir schon Den hatten wir doch schon Auch wenn ihr nicht weiß, wo hier Wildschweine sein sollen Ja, ist immer eine gute Idee Die ändert mich Äh, die erinnert mich wieder ein bisschen an diese Scheibenwerfer Welche Scheibenwerfer? Welche Scheibenwerfer? Scheibenwerfer, also Orionon, ne? Ach so Aber guck mal, da können wir irgendwas mit machen, mit dem Teil Kannst du? Ja Ich nicht Okay Wirklich jetzt Ach so, das ist eigentlich nur, um die respawnen zu lassen Ach, hast du nichts dafür bekommen? Ich wüsste nicht Hier drücken mal F Ja, warte, ich würde es auch mal machen, ja Ne, damit macht man es kaputt und dann kommen sie wieder, ne? Ja Okay So die Wildschweine Die wir ja eigentlich suchen Sind hier nirgendwo Oder Oh Sind auch krass Der hinter dir, Finn Okay Hast du den Kreis gemacht? Ne, das machen die Hm Das sind nirgendwo Wildschweine Das wundert mich auch Dann lass uns mal diese Yal-Marax besiegen Hä, guck mal Oh Ja doch, wir haben Wir haben scheinbar schon zwei Wildschweine Eber getötet Also waren es doch diese Tücher hier Hm Ne, doch Doch Nein Waren sie nicht Wirbelscherbe Ach, Wirbelscherbe Das sind die hier Was wir zweimal gemacht haben Ach so Ah, da stand ja auch nicht Wildschweine Je war so nah Ja Ich weiß ja nicht Wie kommt ihr denn so was lesen? Okay, dann mach das mal Wie lange brauchst du noch? Ansonsten fange ich das Erz schon mal an Bin jetzt fertig Gut, dann komm Nein Jetzt, äh, im letzten Moment abgebrochen Ich, ah, was müssen wir dann nachmachen? Oh Gott Ich, ich, ich helf dir Ich helf dir von dir ab Aber wahrscheinlich Wird ja klappen Ich fang schon mal an Dum, dum, dum Toc Hoch Oh Zwischensequenz Nein Okay Naja Soll uns nicht stören Kann nichts ausweichen Wo bist du eigentlich? Ich habe gegen so ein Vieh gekämpft Aber Wo bist du denn? Ich kämpfe gegen die Na gut, dann komm Was Was wollen wir denn da? Tötet Garkior Den tötet wir Ach so Oder müssen wir erst mit ihm reden? Mit dem kann man nicht werden Äh, keine weiteren Gegenstände Wieso stehen die eigentlich immer wieder auf Wenn sie Geschlagen sind Oh, das war schon wieder eine Bombe Ich habe gedacht, du versuchst den Baum zu fällen Ne, eigentlich nicht Du hast ja nur noch halbes Leben Warte, warte, warte Achso Hm? Habe ich? Habe ich Ja Keine Ahnung, wieso Ich habe noch so gut wie voll Aber ich bin ja auch tanky Wie sonst was Ne, ich glaube ich habe insgesamt mehr Leben Ja Aber ich glaube ich habe Rüstung Ja, da habe ich nicht Würde zumindest zum Berserker passen Ja Das denke ich auch Warum seid ihr hier? So, was habe ich denn hier so? Was? Ach, die Richtung Ne Wart mal kurz Na, ich will nur Schmutz Achso Ja gut, dann warte ich So Wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir müssen doch zurück Na, wir müssen dort auch nochmal kurz hin Pin Da ist noch ein Tragezeichen Und ein X Achso Ich habe kein X da Ne, ein X ist auch nicht mehr da Hoch und hoch und hoch Ich sehe hier keinen Ja, das ist auch da Ja, super Die sind auch stärker geworden Ja Ja So Jetzt zurück Hallo Hä, ne Wir müssen noch welche töten Jagd Sporenwanderer Jetzt habe ich sogar mit einem normalen Auto-Attacken 460er-Krit hinbekommen Oh, okay Ich habe nicht viel Zeit So, gut Passt Dann immer rechts Dann 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 Sonst sind wir ziemlich weit Ja Stell dir mal vor, jetzt hätten wir gar kein Pferd, ne? Ja Ist die Fee immer noch bei dir? Ja Bei mir auch Ich weiß nicht Es stört mich irgendwie Geht Hey Listen Haha Nein Oh nein Zelda Ja Hier sind ja auch keinerlei Quests Achso, ja Okay Ja Habt ihr aber in eine falsche Fährte gelockt? Wolkenfilze Über den Typen rüber Das ist wirklich cool Ich wette, du könntest auch über mich rüberspringen Können's ja ausprobieren Okay, dann lass mich vorreiten und ich bleib kurz stehen Ne, geht nicht Ich bleib am Kopf hängen Autsch Muss ich sagen, stell ich mir schmerzhaft vor Mhm Ich glaub auch Wo rennen, reiten wir überhaupt hin, Finn? Ach, da Oh Gott Wo renne ich denn noch? Haha Ich bin Ich kann mich überorientieren Kannst du auch rückwärts reiten? Ne, geht nicht Ne Wusstest du, dass Pferde anatomisch nicht Dass das Pferde anatomisch nicht möglich ist, ihren Mageninhalt auszukotzen? Ne, das wusste ich noch nicht Ist so Okay Okay Seltsam So, jetzt sind wir endlich mal da Ach, und hier ist sogar eine Quest Wollen wir die noch annehmen? Ja, hab ich gemacht jetzt Vielleicht gibt's hier auch Holzfelder, bla 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 Oh, wieder die ganzen Flüchtlinge Was sollen wir machen, beinahe im Wald? Äh, irgendwo hin Hier ein Brückenreparatur-Wegszeuge irgendwo hinbringen Noch Kannst danach Ach hier, jetzt sind wir wieder am Anfang, fällt mir grad auf Ja Ich brauche dir Hilfe So Ach so, gibt's hier welche zum Punkt, jetzt verteilen, warte hier Dorfbewohner, bewundert man wird Der sagt gar nichts Ah Oh, Gott sei Dank Wow, wie viele ich jetzt erlernen kann Also, das brauche ich auf jeden Fall Okay Das war auch immer sehr praktisch Das auch Ich erlern einfach alles Ja Oder? Ich glaube, ich geb grad mein ganzes Geld aus Wie viel hast du denn noch? Ich weiß es nicht I Obwohl ich hab noch drei Gold Na, dann passt das ja Ach, warte mal, dann könnte ich ja auch mal was verkaufen Ach, das ist kämpferischer Schlag Ach, doch nicht alles gut Kristalle kaufen Ach, das ist das Was hab ich sonst noch? Ach Und wie lange bleibt es aktiv? Ich ne Sipa Okay Okay Warte, was brauch ich denn eher Ich geh mal 10, ich hab mich da kreuz Das war's für heute.